Beginne einfach. Lege dich auf deinen Rücken, deine Arme mit etwas Abstand neben deinen Rumpf und probiere gerne aus, ob du deine Handflächen lieber zum Himmel oder zur Erde zeigen lassen möchtest. Mache es dir bequem. Schließe jetzt oder später deine Augen und atme erstmal ganz natürlich in deinem eigenen Rhythmus. Es werden bald Momente kommen, in denen ich dich einlade, deine Atmung etwas auszudehnen. Du hast die Wahl, ob und wie du das möchtest. Lass jetzt den Atem einfach geschehen. Ich bin Susanne Hake, Osteopathin, Körperpsychotherapeutin und Coach. Willkommen zu deiner Zeit für Fokus auf dich selbst, auf dein Selbst, so wie du bist und mit allem, was es noch zu entdecken gilt. Auch um noch entspannter leistungsfähig zu sein und zu bleiben. Denn je entspannter du bist, desto leistungsfähiger bist du. Denn du weißt, dass du auf dieser Grundlage selbst Stress hilfreich fokussierend nutzen kannst. Weil auch solche Phasen natürlich sind, dich letztlich voranbringen und du dich, wenn du dich mal verlierst, immer wieder finden kannst. Und je leistungsfähiger du so bist, desto mehr stärkst du deine Resilienz. Und umso mehr weitest du die Entspannung aus, in dem Wissen, dass diese, unabhängig von jeder Leistung, durch Loslassen und Auftanken in jedem Moment für dich da ist. Und du vertrauensvoll hineinsinken kannst, so tief es zu dem Zeitpunkt für dich möglich ist, um anschließend mit höherer Energie transformiert in den Wachzustand zurückzukehren und diese Kraft dann genauso zu verwenden, wie es für dich sinnvoll ist. Wir beginnen, indem ich dich einlade, jetzt dreimal auf spezielle Art ein- und auszuatmen. Zweimal direkt hintereinander, möglichst durch die Nase ein, den zweiten Einatmer kürzer als den ersten und dann, möglichst durch den Mund, aus. Und zwar länger als beide Einatmer zusammen. Mach, wenn du möchtest, einfach mit. Einatmen durch die Nase, noch einen kurzen Einatmer drauf und jetzt aus, länger und sanft durch den Mund. Genau so. Und nochmal. Einatmen durch die Nase, noch einen Einatmer drauf und nun aus, sanft und länger durch den Mund. Ja, genau so. Und noch einmal. Einatmen durch die Nase, noch einen Einatmer drauf und nun aus durch den Mund, sanft und noch länger. Gut so. Lass den Atem jetzt geschehen. Und spüre nun, wo dein Körper im Kontakt mit der Unterlage ist und mit der wohltuenden Schwerkraft noch tiefer entspannt. Während du gleich in einem Moment deinen ganzen Körper für ein paar Sekunden anspannst, um dann umso lockerer zu lassen. Du kannst dann zum Beispiel deine Zehen in Richtung Kopf ziehen, die Beinmuskulatur anspannen, Oberschenkel etwas heben, Hände zu Fäusten ballen, Bizeps anspannen, Ellenbogen beugen, Oberarme etwas abheben, Gesicht zusammenziehen, als würdest du in eine Bio-Zitrone beißen und gleichzeitig Brust, Bauch, Rücken, Gesäß, Beckenboden anspannen. Alles so fest du kannst für ein paar Sekunden. Jetzt. Alles auf einmal. Zehen zum Kopf, Beine anspannen, heben, Fäuste ballen, Bizeps anspannen, Ellenbogen beugen, Brust, Rücken, Bauch, Gesäß, Beckenboden, Gesicht zusammenziehen, alles anspannen. Fest. Und loslassen. Und entspannen. Und atmen in deinem Rhythmus. Während du jetzt spürst, ob und um wieviel Millimeter dein Körper weiter in deine Unterlage einsinkt, genießt du die neue Tiefe der Entspannung, während du bereit bist, zu bemerken, dass ein wertvoller und liebevoller Teil von dir deinen Körper von oben beobachtet und von dort den Teil deines Körpers mit Licht aus dem Herzen oder dem inneren Auge strahlend beleuchtet, den du gerade spürst und mit der Ausatmung entspannst. Und weil du das weißt, entsteht ein Lächeln in deinen Augen, das sich in die Mundwinkel fortsetzt und sich auf deine Lippen legt. Und du wirst ab jetzt ein paar Minuten lang ganz fokussiert Bereiche deines Körpers spüren und dann möglichst mit der Ausatmung entspannen. Du beginnst, deinen Fokus auf deine Kopfhaut zu legen und diese zu spüren und zu entspannen. Und deine Kiefergelenksmuskeln spüren und entspannen. Deine Ohren spüren und entspannen. Deine Stirn, deine Augen, Wangen und Mund, das ganze Gesicht spüren und entspannen. Die Muskeln deines Halses spüren und entspannen. Deinen Kehlkopf und die Stimmbänder spüren und entspannen. Deine Nacken spüren und entspannen. Deine rechte und linke Schulter gleichzeitig spüren und entspannen. Deinen rechten und linken Oberarm spüren und entspannen. Deine Handgelenke, deine Handflächen und Handrücken spüren und entspannen. Deine beiden Daumen und Daumensattelgelenke spüren und entspannen. Jeden Einzelnen deiner Finger spüren und entspannen. Deinen oberen Rücken spüren und entspannen. Deinen Brustkorb spüren und entspannen. Deinen mittleren Rücken spüren und entspannen. Und dein Zwerchfell spüren und entspannen. Und dein Solaplexus, das Sonnengeflecht. Spüren und entspannen. Deine obere Körperhälfte und Mitte ist jetzt vollkommen entspannt, in liebevollem Licht von oben achtsam beobachtet. Und du beginnst, die untere Körperhälfte, in der viel deiner Kraft so gut verborgen ist, auch auf diese Weise wahrzunehmen. Deinen Bauchnabel und deinen gesamten Bauch spüren und entspannen. Dein großes und kleines Becken spüren und entspannen. Deine Gesäß- und Beckenbodenmuskeln spüren und entspannen. Deine Oberschenkelmuskeln spüren und entspannen. Deine Knie spüren und entspannen. Deine Unterschenkelmuskeln spüren und entspannen. Deine Fersen und Füße spüren und entspannen. Deine Ballen und jeden einzelnen Zeh spüren und entspannen. Und deine Fußsohlen spüren und entspannen. Nimm nun von Kopf bis Fuß deinen gesamten Körper wahr. Mit dem Ausatem loslassend, während dein Körper vielleicht noch etwas tiefer in deine Unterlage einsinkt. Liebevoll beleuchtet, achtsam beobachtet. Du verweilst für einen Moment in diesem wohltuenden Zustand, der jederzeit für dich verfügbar ist. Einfach weil du Teil des Lebens bist und nichts dafür tun oder anstreben musst. Und dir so selbstverständlich sanfte, unsichtbare Energie zur Verfügung steht. Bedingungslos und unendlich. Und mitten in dieser tiefen Entspannung merkst du, wie genau diese Energie noch etwas deutlicher in deinen Fußsohlen und Füßen spürbar wird. Und mit jedem Ausatmen sich ausweitet. Vielleicht prickelnd, vielleicht fließend oder leicht wärmend. Spüre dies nun in deinen Knöcheln und deinen Unterschenkeln. Mit dem Ausatmen auch in deinen Knien. Und in deine Oberschenkel aufsteigend in den ganzen Beinen. Mit dem nächsten Ausatmen dein ganzes Gesäß, die Gesäßmuskeln und deinen Beckenboden füllend. Die Energie erreicht nun dein kleines und großes Becken, deinen gesamten Bauchraum. Deine Bauchraum energetisiert dein Zwerchfell und darüber hinaus deinen ganzen Rücken und deinen gesamten Brustkorb. Deine Schultern und von dort aus füllt diese Energie zunächst deine Oberarme. Deine Ellenbogen und deine Unterarme. Deine Handgelenke und deine Hände. Die Daumen und Daumensattelgelenke. Und mit der Ausatmung auch jeden einzelnen deiner Finger. Jetzt spüre von deinen Fingerspitzen aus, wie sich diese Energie von deinen beiden Armen hoch ausweitet bis in deinen entspannten Nacken hinein. In deinen Hals und deinen Kehlkopf. Bis in deine Stimmbänder und deine Kiefermuskulatur. Mit dem nächsten Ausatmen fühlt diese Energie deinen Mund und deine Zunge. Von deiner Zungenwurzel bis zu deiner Zungenspitze. Mit dem nächsten Ausatmen deine Ohren, die Augäpfel und die Muskeln um die Augen. Das ganze Gesicht. Nun, mit dem nächsten Ausatmen, alle Teile deines Gehirns, deinen Schädel sowie deine Kopfhaut. Sehe und spüre jetzt diese strahlende Energie in deinem gesamten Körper. Von den Zehenspitzen bis zum obersten Punkt deines Kopfes. Und wie sie sich darüber hinaus ausweitet. In deinen persönlichen Raum. In alle Richtungen um dich herum. In das ganze Zimmer. In das Haus. Die Nachbarschaft. Das Umland. Das Land. Den Kontinent. Die Welt. Und das Universum. Und während der Teil von dir, der dich so liebevoll beleuchtet und achtsam betrachtet, dich, wenn du möchtest, mit einer schützenden Membran umhüllt und das Licht leicht dimmt, um wieder zurück zu dir auf eine Ebene zu kommen und auch von dort aus für dich da zu sein, merkst du umso mehr, dass du die Energie bist, die du wieder entdeckt hast. Was möchtest du mit dieser Kraft machen? Für was einsetzen? Was macht Sinn? Lass deine Antwort von innen aufsteigen. Von dem Ort, von dem aus du suchst. Nimm dir so viel Zeit, wie du jetzt brauchst. Und wenn es dann passt und du bereit bist, dann erst beginne, deine Zehen zu bewegen, deine Finger zu bewegen, deine Handgelenke zu bewegen, dich zu strecken und dabei die Augen zu öffnen. Du bist regeneriert, transformiert, erfrischter als je zuvor. Sei und bleibe entspannter, leistungsfähig. Mehr Informationen zu NSDRs, Yoga Nidras, Body Scans und wie du diese auch ungestörter hören kannst, findest du unten in der Beschreibung. jabrilst für Vielen Dank.